Und darum herzlich willkommen zurück zu Adventure Time, ein dufter Typ, nehmt euch zu fremden Ländern, komm mit, wenn alle hier sich vereinen, komm mit, mit Jake und Finn, zu Adventure Time. So, hier können wir den Pinguin absetzen. Zehn Pinguine gibt's, frech, ist viel zu viel. Ja, den Pinguin haben wir, glaube ich, in der letzten Folge gefunden, irgendwo, am Arsch der Welt. Und, ja, wir haben Bimo bei uns im Team, ich bin so happy, endlich mal jemand, der Plan hat. Ich weiß nicht, Bimo ist so ein lustiger Roboter, der ist, das ist so ein, der ist schon leicht sarkastisch, würde ich sagen. Oder sadistisch, ne, er ist schon eher sadistisch, aber er ist so niedlich. Naja, wer mit solchen Sachen, ähm, raushaut von wegen, morgen früh gibt's Frühstück. Und wenn ihr nicht da seid, dann wecke ich euch halt eben mit einem Eimer kaltem Wasser. Das finde ich total süß, ich weiß nicht, ich mag Bimo. Nein, Bimo grinst dabei so fröhlich. Also so lächelt. Egal. So, da vorne sind wir wieder. Irgendwie sieht das da vorne nicht gerade sehr freundlich aus. Was ist denn da los? Piratenfreie Zone oder so. Ähm, das muss ich mal gucken. Nochmal kurz hier alle geheilt. Vor allem Bimo tut mir echt leid. Das wollte ich gar nicht. Aber egal. Wenn wir schon dabei sind. So, einmal kurz ein Bonus für Marceline. Und zurück im Candy Kingdom. Warum? Achso, ja. Candy Mountain, Candy Mountain. Du erfüllst mich mit Zuckrigerliebe. Das Geld, was wir hier bekommen haben, hat sich scheinbar stark erhöht. Das heißt, auch dieses Gebiet hat sich stark verändert. Man sieht es schon anhand der Gegner, die hier jetzt antanzen. Das ist gut. Das heißt, unser Environment levelt quasi mehr oder weniger mit. Du darfst sie gleich mit bombastischer Attacke rauspulvern. 240, 240. Probieren wir das erstmal auf die Kleine römmen. Römms. So, dann kann sie nämlich hier. Okay, der zieht sich lieber die Parade rein. Dann darf Bimo wie klein hier verprügeln. Weil der größte Schaden kommt. Oh, dann hat Finn so gelernt, so einen Schaden zu machen. Der größte Schaden scheint nämlich von Marceline und von Finn zu kommen. Und darum... Machen wir hier ein bisschen Action. Aber gut, das lief ja so ganz gut. Geil. Bimo hat ein Level abbekommen. 600. Das ist ordentlich. Das sieht gefährlich aus. Dann wollen wir doch nochmal einfach hier aufleveln. Weil Bimo ist wie gesagt Level ab. Da finde ich, sollten wir zumindest schon mal ein bisschen auf Lebenspunkte gehen. Und zumindest bei ihm auf Ditt. So, Marceline ist gut ausgerüstet. Jake ebenfalls. Äh, Jake und Finn ebenfalls. 240 Punkte haben wir noch. Dann stecken wir die auf jeden Fall nochmal in Bimo. Und seinen kleinen Freund. So, da vorne müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ähm, ruhig hier nochmal ein bisschen... ...items sammeln, solange wir noch können. Weil bevor wir jetzt hier anfangen müssen... ...gegen die Böse da zu kämpfen. Okay, lass es uns tun. Ich hoffe, dass die Gurken nicht gleich auf uns losgehen. Nee, aber Finn hat zumindest schon mal die High-Five-Attack. Oh, das ist mal interessant. Arme. Als Ziele. Jawoll. Die geht hier aber mietig ab. Ähm, ihr Arm. Kommt, dann können wir erstmal die Arme futsch. Bevor wir auf den Kopf... ...hauen dürfen. So, dann machen wir doch mal hier dominieren. Immun. Frech. Ähm. Stimmt. Mit ihm können wir diese Hunde... ...Attacken... ...Durbel... ...Twister-Attacke machen. Ja, komm, machen wir. Oh, das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Hartmut. Alter, lass doch mal Marceline in Ruhe. Hier hat dir doch gar nichts getan. Also eigentlich schön, aber... ...ich kannst du nicht machen. So. Das Items einsetzen überlassen war Beame. Würde ich sagen. Weil dadurch... ...stärkt sich sein... ...ähm... ...stärkt sich sein Limit. Boah. 4200 Lebenspunkte. Das ist... ...schon... ...gar nicht mal so wenig. Smack in your face. 230. Schon nicht schlecht. So. Und Marceline... ...spielt ein bisschen E-Gitarre. Während Bimo uns erst einmal... ...insgesamt heilt. Und dann wieder... ...ein bisschen... ...drauf klatscht. Schädlingsbrut. Was kommt jetzt? Oh. Der bringt noch Ätze ins Spiel. Diese Sau. Hätte ich das mal gewusst. Na, aber die halten nicht so viel aus. Das ist gut. Aber wenig Schaden machen die trotzdem nicht. Zerlegt. Oh, der hat wieder sein Ärmchen wieder. Wie viel Schaden macht Bimo, wenn er so angreift? 44. Toll. Das war jetzt echt... ...schlecht. Das wird ein längerer Kampf, würde ich behaupten. Wenn der seine Arme wieder regenerieren kann. Nee, viel fieser. Ja, komm. Marceline darf sich in einen Wehrwolf verwandeln. Bringt ja sonst nix. Wow. So, während Bimo hier wieder munter durch die Gegend heilt. Ähm. So, wie sieht sie eigentlich mit Jake's Move aus? Boah. Die haben jetzt 10 Punkte. Ja, komm. Dann... ...massiven schnellen Schaden zufügen. Das tut gut. Ja. So gehört sich das. Was sagt hier die Eisattacke? Eine Eisklinge können wir zum nächsten Mal reinwerfen. Nicht, dass der sich hier ebenfalls mit solchen... ...Attacken heilt. Oh, Geschwindigkeit ist reduziert. Das gefällt mir sehr. Und Marceline... ...gibt dicke... ...Moves hinterher. So. Bimo muss ich mal eben kurz selber heilen. Yeah. Bevor er anfängt... ...Ihnchen hier wieder zu verprügeln. So. Drehklatsche. Nee, da warten wir lieber nochmal zwei Runden. Bevor wir... ...hier... ...hier... ...diesen Move aufdrücken. Massengerät hier richtig mies am Rad. Das gefällt mir richtig. So. Einfach nochmal kurz alle heilen. Bimo... ...hat den dicken Move. Aber... ...bringt jetzt nicht mehr so viel. Ich meine, der hat nur tausend Lebenspunkte. ...und scheint sonst nicht mehr so viel auf dem Kasten zu haben. Ja. Jedoch. Ich würde schon sagen... ...jetzt... ...jetzt... ...kommt man nicht daneben, Junge. So, Marceline. Ach, schade. Ich dachte, sie... ...sie hat noch einen... ...ähm... ...als Vampir... ...ääh... ...als Werwolf. Weit gefehlt. Aber Bimo darf mal den letzten Schlag hauen. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Bimo, du hast... ...nen tollen Job geleistet. Bimo, du hast nicht zufrieden. Du musst nicht mit den guten Mannen helfen. Mhm. Wunderbar. Bimo, du hast keine Ahnung, wenn du jemanden überrasst. Schön, Leute. Ja, aber wir haben noch einen Fernen gefunden. Wir haben noch nicht, wie die Flüge begonnen hat. Und wir haben noch nicht, ob es mit einem Enchiridien oder etwas komplett anderes zu tun hat. Wir haben noch nicht eine Pirate-Sache gemacht. Me neither. Most of the time we're a lot better at solving stuff. Usually takes us like 10 minutes or so. Mhm. LSP's probably rallying more pirates right now. She is so weird. And she has a short attention span. She's probably moved on to her next weird thing by now. You should watch out for stray pirates though. As for the rest of it, if Fern was heading for the Fire Kingdom, now might be a good time to check it out. Yeah, now that BMO's back with us, we should be able to sail there no sweat. Well, until we get here, I guess. Ready to sail, Captain Finster. Alright, let's get back to the boat. Hol' ich mir diese zwei Kisten, die dann noch offen sind. Okay, Captain, your banana guards need them too, okay? Okay. Ich glaube, ne, eine Kiste war das hier. Und BMO scheint ja wieder, ähm, scheint ja wieder ein Level up gehabt zu haben. So. 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 Da irgendwie so. So. suchen wir mal, ob wir hier irgendwo durchkommen. Okay. Ich dachte gerade, wer kommt denn da um die Ecke zu laufen? Und Marceline denkt wie so, ja, alles klar. Ich lauf mal durch die Wand hier. So. Ha-ha. Das sollte ich dort nur hören. Sweet. Lass es mir einfach. Bitte zuerst. Angriff. So, bald kann Beemo auch endlich wieder mit seinen Freunden aufschließen. Ich höre, da kommen Piraten. Bitte, bitte nicht, Karate. Ich finde es lustig, dass immer noch diese Bandansagen durch diese Lautsprecher dröhnen. Jo, wir müssen rüber ins Feuerkönigreich. Und ich bin mal gespannt, was da so auf uns warten wird. Grab it. Snack. Snack. Eh, buff. So, ist ein Beemo. Ach, Beemo macht den, ähm, macht hier den, den Skipper. Und steht oben auf dem Bötchen. Was passiert, wenn ich den durchrasse? Nichts. Es sind viel zu wenig... ...Juwelchen, die wir hier bekommen. Oh, da lang müssen wir. Snack. Ne, da lang müssen wir. Da. Da und dann hinter dem, äh, pinken Bäumchen nach links. Ha. Da sind wir. Wieder zurück auf offener See. Jeha! So, Beemo, jetzt ist dein Teil der Crew. Willst du unsere wickenden See-Shanty-Skills anschauen? Du bist da, zu leben und in allen Dingen in der Forrest? Du bist sicher. So, noch kein Gesang. Da ist ein Gesang. Ich frage mich gerade, ob die... Die nächste Gruppe Piraten, die der Meinung ist, gegen uns... ...von uns zerstückelt werden zu wollen. Woa. Wie sie alle auf Beemo einhacken. Okay, nicht alle. Aber schon... ...unverschämt viele. Nee, das lohnt noch nicht. Hier irgendwas zu machen. So, J-Code auf die. Dadurch, dass wir genügend Punkte, ähm, Special-Punkte gesammelt haben... ...gibt es hier ein Donnerwetter auf die beiden. Oh. Ich dachte, das würde mehr bringen. Na gut. Ja. Leider... Leider ein bisschen gefailt. So, Jake darf dann... ...auf einen von den Dukes hauen. Ich finde, ebenfalls... Der heilt sich. Der Böse. Der Böse. Der Böse. So, 93. Haben wir ein bisschen Glück, kann Beemo den alleine klatschen. Ja. Genau. 94. Genau mit einem zu viel. Das freut mich. Das lief gut. Und zack. Nichts das Piratenschiff. Gekentert. All right. All right. Frag mich gerade, was Beemo hier eigentlich gerade macht. Vielleicht sucht der eine... ...die richtige Anlegestelle oder so. Aber ich meine, das... ...sieht hier ja... Das sieht hier ja schon... ...leicht gefährlich aus mit den Gaziren. Kann ich da jetzt einfach durchfahren? Nö. Kann ich nicht. Was machst du denn? Sieht so aus, als ob. Hm. Da bin ich. Was ist jetzt eigentlich Beemos Aufgabe an dieser Stelle? Bin mir irgendwie nicht so ganz sicher. Okay. Kommt gelegentlich mal so ein Kraken aus dem Wasser. Ja. Mach einen auch böse. Aha. Die sind auch Geysire. Die uns den Weg versperren. Feuer! Okay. Hier hat jetzt das... ...linken aufgehört. Eh. Das Rudern ist hier gerade ein bisschen schwierig. So. Hier müsste es jetzt gleich wieder anfangen. Das Kling Kling. Ha. Da ist er wieder. Feuer! Feuer! Das sieht doch aus, als ob das Ding hier Augen hätte. Aber... Eigentlich müsste doch... ...Bimo... ...soll doch Bimo uns hier jetzt den Weg zeigen. Aber... Eigentlich müsste doch... ...Bimo... ...soll doch Bimo uns hier jetzt den Weg zeigen. Oder so. Können wir eigentlich auch mal ausprobieren. Wie viele Lebensmittel hatten das Ding hier noch? Hm. Ah, Moment. Was ist das denn? Was hat das zu bedeuten? Da? Da? Habe ich ihn jetzt erwischt oder habe ich ihn jetzt nicht erwischt? Und die nächste Frage... ...Fahre ich hier jetzt in die richtige Richtung? Wann erinnern du, wenn du mit dem gefahren bist, Marceline? Oh, verrückte Zeiten. Ja... Ich glaube, das ist schon die richtige Richtung hier. Weil das genau dem entspricht, was ich... ...gesagt habe mit dem... ...in der anderen Richtung fahren. So. Ich... ...fahre einfach jetzt diesen... ...diesen Teilchen hier hinterher. Vor diesen, äh... ...leuchtig Säulen. Aha. Ah. Das sieht doch richtig gut aus. Das sieht ja schon fast zu gut aus hier. Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was das hier zu bedeuten haben soll. Vielleicht hat das später noch einen Sinn. Das kann natürlich auch möglich sein. So. So. Daran geht's weiter. So. Hier. Und hier. Und... ...wir sehen schon, wir sind hier eindeutig im... ...Feuerkönigreich angekommen. Und können jetzt auch direkt von Bord gehen. Nice. Willkommen in einem neuen Gebiet. Oh. Soviel zum Thema. Ein Stufe Fünfer und ein Fragezeichen. Und... ...wir müssen streng genommen dort rüber. Gibt's hier noch eine andere Anlegestelle oder so. Die uns den Weg irgendwie vereinfacht. Gucken wir nochmal. Ne. Anscheinend nicht. Es ist schlecht. Das heißt, wir müssen tatsächlich... ...versuchen, diese Dudes hier anzugreifen. Na ja, kommt. Toll. Jetzt muss ich hier einmal... ...von runterfahren. Einen Bogen... ...gegen die Wand. Kollisionsabfrage. Super. Deswegen komme ich hier auch nicht einfach so... ...entlang. Und... ...jetzt können wir von Bord gehen. Okay. Schauen wir nochmal kurz die Lebenspunkte an. Ja, das sieht gut aus. Dann... ...probieren wir es. Ich meine, was soll's. Mehr als verlieren können wir nicht an dieser Stelle. Ich meine... ...ähm... ...die sind ja eh... ...Feuer und so. Dann nutzen wir doch einfach mal die starke Eisklinge. Why? Junge, Junge! Mach doch nicht hier so einen Move! So, Bimo. Äh... Moment. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Bimo Dance für uns. Mein Name ist Bimo. Ich bin hier im Café. Let's get cute, um zu spazieren. Go, Bimo! Hehe, cute. So, sehr schön. Jake ist da auch wieder voll dabei. Und tritt den... ...Dudes mega in die Nüsse. So. So. Die High Five Attack. Natürlich auch den Dicken. Einfach weil... ...schon ein bisschen frech ist. Wie der der Meinung ist... ...Bimo anfeuern zu müssen. So. Bimo. Ähm... Mal gucken. Gruppen. Gruppenheilung stellt die Gesundheit aller Helden wieder her. Super mega Apfelkuchen. Mach ich das? Es lohnt sich nicht mal. Es ist eigentlich nur Bimo, der so... ...mies Schadenspunkte bekommen hat. Oh, gut. Oh, gut. Darum... ...halten wir es immer so fest. Oh, sehr gut. Der Dicke geht in die Parade. Vielleicht können wir uns jetzt in aller Ruhe erst mal um den... ...Kleinen kümmern. Und... Nein! Du bist Feuer! Haha! Bimo... ...nein... ...nutz... ...wieder ein Flakon... ...für sich selbst. Yeah! Diese Punkte sind schon maximiert. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Ja! Jawoll! Boah! Finn, was geht denn bei dir auf einmal ab mit deinem Move? Bleib unter, ihr Ding-Dongs! Krass. So, ein Bimo ist jetzt aufgeschlossen. Also hat sich jetzt uns... ...gut angeschlossen. Vom Schaden her. Wow! Check out all diese Tenten! Muss sein, um alle safe zu halten. Oh, da drüben haben wir ja auch direkt eine Kiste. Eine Schatz-True? Ernsthaft. Kommt mal hierher. Na, geht doch. Marceline, your turn. Willst du shoppen gehen? Ja, bitte. Shoppen ist... ...an dieser Stelle gar nicht so schlecht. Oh, krass. Wie viel Geld wir auf einmal haben. Da lohnt sich nochmal richtig hart aufzupowern. So. Finn ist... ...maxt. Und... Jake ist... ...maxt. ...maxt. Und... ...Mimo... ...kassiert auch nochmal ein bisschen dicke Lebenspunkte. Geil. So. Was können wir hier hier shoppen? Auf jeden Fall nochmal... Ach, fuck. Zu wenig... ...Geld. Oh, das gefällt mir gar nicht da drüben. Fünf, 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 fünf. Ja gut, die sind aber eigentlich... ...alle auf unserer Stufe. Aber trotzdem... ...an dieser Stelle erst nochmal... ...einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von... ...Adventure Time. ...mit auf der Tür. Also bis bald.